Ja, alle Leute, das Flugzeug hat wieder ein Verspätung. Ich habe mir gedacht, hier gibt es noch einen Aufzug, mit einem Besitz. Ohne Aufzug. Das Flugzeug hat wieder ein Verspätung. Eingesautet um 20.50 Uhr, komm, aber der fährt jetzt um 20.10 Uhr. Nee, 20.10 Uhr, ja, 20.10 Uhr kommt der Flugzeug. Verspätung, das ist 1.80 Uhr, ich kann was hier machen, so lange. Damit gibt es nicht so viele Aufzüge, der Akone, auf 1.08 Uhr. Da habe ich jetzt ein alt Checkout. What? Hat der Chime? Wow, nicht cool. Hier redet ihr jetzt schon Deutsch, ihr wisst es ja schon. Eine Aussage für die, fühle mich das Bild mit meinen Händen. 2007, what? 2007, wie mein Geburtstag ist, ja. Wow. Ich muss da sagen, Mist. Hey, jetzt kannst du mit meinem Schlüssel auch machen. Schau mal, es geht irgendwie mit meinem Schlüssel. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Time. Da, ich glaube, das sind wir angekommen. Ja, kann ich auch machen. Ich weiß nicht, ob ich mein Schlüssel dabei hätte. Ich weiß nicht, ob ich mir das zeigen kann, ob ich mir das machen muss, was ist. Was sind da drin, in dieser Tür? Bei denen, bei denen sind da diese Kontrollen, Steuerung so drin oder sowas. Das sind Kabel da hinten, da. Ja, Leute. Nächstes Jahr, vielleicht fahre ich nach Düsseldorf. Meine Mama, ich zeige mal, wahrscheinlich, dann kann ich Aufzüge filmen in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es M.A.T. Aufzüge, glaube ich. Das ist ja auch noch lange hin. Ich muss keine Gedanken machen, noch lange hin. Es ist noch lange hin. Und ich weiß nicht, ob ich noch Obladen am 1.10. Und keinem meinen Freund, die neuen Aufzüge filmen. Wohin hat das keiner alles sagen. Ja, dann vielen Dank für alles, die Schauen. Ciao, Leute. Bleibt gesund hier in den Elevator fahren. Ich habe schon ein bisschen mit abgegessen. Hier, jetzt soll ich mal ein bisschen weiter, was ich für euch aufnehmen kann. Ciao, Leute. Bleibt gesund hier in Elevator fahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.